Nur ein paar Impressions von heutigen Spiel. Glückwunsch an Sundance. Sie haben heute verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an Sundance. Sie haben heute gewonnen. Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, wo nicht viel zusammengepasst hat. Wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Wir mussten im Rückstand etwas riskieren. Wir mussten hinten ein bisschen mehr öffnen. Die zweite Halbzeit war besser. Aber die Konter-Tore, die wir angefangen haben, waren dann das Ende des Sieges. Wir kamen in der zweiten Halbzeit in 3.01. Wir wollten ein Rieschen, um zu scoren, um zu kommen zurück zu der Spiel. Und Sundance dann versucht die Konter und die Schmerzen mehr zu machen, das macht es ein schwieriges Turn 4-0. Sie hatten eine schlechte erste Halbzeit. Was es denn, wie gut Sundance waren, dass sie die Team mit der ersten Halbzeit gemacht haben? Oder war es denn, dass sie die Team nicht nur in der ersten Halbzeit geflogen haben? Ich denke, dass Sundowns auch ein gutes Spiel gemacht hat über zwei Halbzeiten. Of course, Sundowns played a very good game in the first and in the second half. Und wir haben eher dann die zweite besser gespielt als in der ersten, wo wir... Wir spielen in der zweiten Halbzeiten besser als in der ersten Halbzeiten. So spielen wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Die erste Halbzeit. Aber die erste Halbzeit ist nicht das, was wir wollen. Als Nasell Kolar hat gesagt, dass wir der erste Halbzeiten durch den ersten Halbzeiten sehr stark sind. Wir hatten eine andere Halbzeiten. Aber wir sahen die Halt in das Nachteile. Und dann, wir versuchen, einen riesen Riesch zu holen, damit wir zurückkehren. So, Sundowns und Helbig, währenddessen wir das noch einmal in der ersten Halbzeiten gewinnen. und der Begewan hat die Gespräche mit uns zu tun. Es war eine Frage von einem der Ausführung von Afrika, ob du hast, die ersten beiden waren wir gewohnt, ob du sie gewohnt sind oder die Sandsdowns war, die sehr gut sind. Die Coach sagte, dass die Sandsdowns war sehr gut, und die ersten beiden waren sehr gut, die ersten beiden waren sehr gut in den ersten beiden, aber wir haben die anderen anderen gewohnt, aber wir haben die ersten beiden gewohnt, aber wir haben die erste, die erste in den ersten beiden. Also, wir machen die sehr gut in den ersten beiden. Ich wollte nur herausfinden, nach den Ergebnissen, glaubst du, dass dein Team noch eine Chance hat, auf die nächste Stufe der Kampagne zu arbeiten? Und auch, Ali Ali ist nicht der Team, dass wenn die Ergebnisse nicht kommen, die immer den Trainer bewerben. Sie sind immer noch überzeugt und machen ihren Job. Und die Ergebnisse werden dann gefeiert. Glauben Sie, dass sie auch bei Ali lange bleiben? Die Frage war, Schocken von der Frage, oder die Einladung von der Frage. Nach der Nachteile der Quassier, hast du immer noch, in der Nähe der Ähle, in der Tatsache und in der Tatsache? Und die Frage der Ähle, die 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 Äle und auch die letzten zwei Spiele mit so einem äh äh, Ich hoffe, dass Sandoun Stan would play next two games fair enough as we know them. Für die andere Frage dovang ich nicht beantworten. And other questions I can answer. Uh, answer this. Final question before the discussion Um, Coach, have you played against Sandoun twice and have an intimate look at them. Do you think they can go all the way and win this tournament? Was ist Ihre Impression von Sonja, einem junger Trainer wie Movera? Die erste Frage ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich hoffe, dass Sundance natürlich auch die letzten zwei Spiele noch richtig ausgibt und wir müssen das nächste Spiel gewinnen, ist auch klar. Ja, aber das wissen wir jetzt nicht, wir müssen zuerst mal schauen, dass wir in die Spiele sind. Ja, ich denke schon, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben, schnelle Spieler, technisch gut und der Trainer hat sich auch gut angestellt und von daher haben wir es heute verdient gewonnen. Und wenn sie natürlich auch konzentriert dabei bleiben, denke ich, ist viel möglich. Ich denke, dass Sundance mit diesem Team, mit diesem Trainer, können wir in dieser Tournament gehen. Sie hatten eine sehr gute Team, die Coach vorbereitet sie sehr gut. Sie haben sie gewonnen heute. Und ich denke, wenn sie focussen und konzentriert werden, sie werden in dieser Tournament gehen. Coach Marcel Koller, danke für Ihre Zeit. Danke. 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 Danke!